Meghan Markle kündigte im März die Einführung ihrer neuen Lifestyle-Marke an, hat aber noch keine Produkte auf den Markt gebracht, ein Experte kritisiert den Schritt. Meghan Markle wurde für einen großen Fehler in den sozialen Medien kritisiert, ein königlicher Experte glaubt, dies sei ein Zeichen ihrer Ungeduld. Der königliche Kommentator Richard Eden trat in der Daily-Mail-Sendung Palace Confidential auf, um über die sehr verspätete Einführung der Lifestyle-Marke der Herzogin, American Riviera Orchard, zu sprechen. Obwohl die Marke im März in den sozialen Medien eingeführt wurde, wurden bisher keine Produkte verkauft. Eden, der zuvor sagte, die Tatsache, dass er ihre neue Marke Anfang des Jahres in der Zeitung vorstellen würde, könnte Meghan dazu veranlasst haben, sie schneller als erwartet in den sozialen Medien anzukündigen, sagte, jeder weiß, dass man keinen Social-Media-Account eröffnet und dann nichts tut. Die Arroganz dahinter ist wirklich, so nach dem Motto, hier sind wir und wir werden nichts tun. Der ganze Sinn von sozialen Medien ist, dass sie sozial sind und man Kontakte knüpft. Es wurde definitiv auf den Markt gebracht, bevor es fertig war. Das ist irgendwie selbstverständlich. Ich denke, dass nächstes Jahr etwas passieren könnte. Im Wesentlichen geht es nur um Ungeduld.